Meine Tätigkeit besteht darin, alle Risiken, die im Netz auftreten würden, zu vermeiden. Verantwortung übernehmen heißt für mich, in der Lage zu sein, Entscheidungen zu treffen. Das Schönste daran ist, dass die Arbeit vielfältig ist. Es ist immer eine Herausforderung. Das heißt, ein Fall ist nicht immer gleich der andere. Worauf ich mich jeden Tag freue, ist, dass du einfach kommst, um Freunde auch zu treffen. In meiner Tätigkeit sorge ich dafür, dass kein Mensch im Dunkeln steht. Ich bin Ernest Chagou. Ich mache Energiewende.